Na komm Okay, Mist, es kommt zu uns Es kommt zu uns, das ist uncool Ich glaub wir dürfen einfach nicht so weit laufen Boah, komm schon Du Scheißvieh Du Scheißvieh Oh nein Oh, das war ja nix Okay Dann Scheiß drauf Probieren wir das mal anders Wir gehen einfach nur mal zum Leuchtfeuer Reden mit dem Drachen Und dann gehen wir zurück Und wenn das nicht geklappt hat, gehen wir nur zum Leuchtfeuer Reden nicht mit dem Drachen Und wenn das dann immer noch nicht geklappt hat Dann Scheiß drauf, dann laufen wir einfach zurück Und lassen die Hydra Hydra sein Denn das dauert mir ehrlich gesagt zu lange Ich hab keinen Drachenstein mehr Ne Wir haben ja auch noch so einen Drachenkopf gekriegt Das ist auch ganz cool Drachenkopf Huch Mit dem Drachenkopf können wir irgendwas machen Ich weiß jetzt nicht mehr gerade was Ich glaub, das wird als Helm benutzt Und dann können wir dann Feuer spucken Weil wir so fast getot sind oder so Bin mir nicht sicher So, du Scheißhydra Wo bist du? Ja komm, weiter geh ich nicht Komm schon Das läuft doch mal drüber Mensch Das will leider nicht, so wie ich das will Ne, das will nicht, so wie ich das möchte Schade eigentlich Sehr schade Ach, Mist Aber es sieht schon Sieht schon sehr geil aus hier So, dann laufen wir langsam mal zu dir hin Vielleicht Macht es es dann ja Ansonsten gibt es ja noch Trick Zwei Wir rennen hin und töten es Mit dem Schwert Ne, es will nicht da drüber laufen Ist ein bisschen schade Schade Hätte ja klappen können Na gut Dann Scheiß drauf Dann machen wir es eben auf dem ehrlichen Weg Dann machen wir es halt auf dem ehrlichen Weg Scheiße Ich hoffe, dass wir zum Leuchtfeuer kommen Wäre nämlich irgendwie scheiße Wenn wir nicht zum Leuchtfeuer kommen würden Oh Gott Bist du riesig und fett Ach du Scheiße Scheiße Na klasse Na klasse, jetzt hängen wir fest hier Ja Schnell weg hier Schnell weg Schnell hier hoch irgendwie 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 hoch Come on Scheiße ey Scheiße Ich muss nur zum Leuchtfeuer kommen Irgendwie Komm schon Was denn jetzt Ah Scheiße Falsches Falscher Bucky Schnell saufen Schnell saufen Und weg hier Scheiße Verdammt Kacke ey Müssen nur zum anderen Leuchtfeuer Nur zum anderen Leuchtfeuer Irgendwie kommen Oh Da hatten wir jetzt Verdammtes Glück Okay Dann äh Laufen wir mal schnell hier hoch Gehen in den Baum hier rein Wunderbar Okay Zurück Weiter Wo ist die Hydra jetzt Komm Lauf doch Scheiße Du Ja lauf Lauf Du Mistvieh Vielleicht geht das ja auch von hier Ja komm Noch ein Stück Lauf Genau Lauf Komm Noch ein Stück Vielleicht klappt das ja jetzt Es bewegt sich nicht weiter ne Doch es bewegt sich ein bisschen Vielleicht Macht es ja das was ich haben möchte Es muss nur laufen Über den Sand Über den Sand Komm schon Lauf da drüber du Sack Lauf da drüber du Sack Leuchtfeuer Leuchtfeuer Scheiß Vieh So und wie gesagt Wir müssen dann zurück Das wird auch ultra witzig Denn äh Ich kann mich noch an diese Viecher erinnern An diese Riesenpilze Das wird noch eine richtig witzige Aktion Komm her Wunderbar So es müsste Ach scheiße ey Na komm Ich hätte ja gerne Dass das Vieh hier her kommt Weil dann können wir es nämlich Schlagen Ich würde es gerne mal probieren Weil ich habe gelesen So schwer Die ist zwar knifflig Aber so ultra schwer Ist sie jetzt nicht Die Hydra Kommst du oder Ja wunderbar Sehr schön Hä So sollst du das doch gar nicht machen So sollst du doch da drüber Mensch Ja komm lauf doch Komm doch her gelaufen Denkst du ich hab Angst vor dir Du Mistvieh Denkst du das wirklich ja Du denkst das Komm her Hahaha Du Wichser Du Blöder Geil Kommt das jetzt wieder von da Oder Ja wunderbar Schade Ich habe jetzt gehofft Das ist Ne Okay Also dann Feuer frei So ich habe gelesen Wenn es sich jetzt zu uns dreht Sollen wir den Flammen entgegenspringen Aber so nicht Toll Super Das war wieder richtig Spitzenklasse So wir probieren das jetzt mal Komm her Mistvieh Okay so funktioniert das irgendwie Ja okay Ich möchte das mal probieren Komm Fauch Dann kommt das Hier nämlich Ja Können wir da Okay Wunderbar Scheiße Okay So funktioniert das irgendwie Scheiße Okay Kriegen wir hin oder Ach das ist ja link Das ist ja richtig link Das würde ich gerne nochmal probieren Das würde ich gerne nochmal probieren Wir wechseln mal auf die Auf die schnelle Waffe Das würde ich gerne probieren